Hallöchen liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 18 für die Kraft Zeppelin und damit ja auch das nächste Bauteil, nämlich der rechte obere Rumpfabschnitt als nächste Platte. Ich habe es im letzten Video schon angekündigt. Ja und die werden wir natürlich jetzt gleich mal zusammen einbauen und dafür lasst ihr gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Gerne auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar. So lieben, da haben wir jetzt hier unseren nächsten Rumpfabschnitt und den setzen wir jetzt einmal hier an der Stelle ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich wird der einmal hier so eingesetzt und dann jetzt innen mit 1, 2, 3, 4 der beigefügten Schrauben einmal verbunden. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass die Kontaktstellen jetzt groß genug sind, dass ich mit der Ratsche herankomme. Und sonst mache ich jetzt erstmal, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd zum zeigen, eine Stelle rein, dass es erstmal hält. Na, die Schraube möchte nicht in das Loch hinein. So, jetzt muss ich jetzt ein bisschen blöd zum Beispiel. So, Nummer 1 haben wir. Und dasselbe Spiel machen wir jetzt einfach mit den restlichen drei Schrauben noch. So lieben, und damit sind wir auch schon wieder durch für die heutige Videofolge. Wir haben jetzt hier den nächsten Rumpfabschnitt dran, auf der rechten Seite. So sieht das Ganze bis jetzt aus. Und in der nächsten Ausgabe kommt dann der Rumpfabschnitt hier drauf. Und ja, da lade ich euch natürlich recht herzlich wieder mal ein, um dem Video dann beizuwohnen. Also in dem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen und ich sag dann Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.